hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu wwe2k16 ja und wieder mit dabei ist onkel gamerschacklp ja hallöchen ja und es geht auch direkt weiter wir fighten hier und jetzt muss mal gucken dass wir unsere dinger kriegen und was ich noch sagen wollte liebe freunde wenn ihr uns unterstützen wollt dann wisst ihr ja abonnieren kommentieren und liken gamerschack lp und rivan lp damit ihr nichts verpasst hier von unseren 100.000 kämpfen und ja und ist wieder drin er hat mich gestern zerstört also doch das war schon zerstörung oder onkel ja alter killer aber ist kein problem ich werde mich da schon wieder durch mogeln ich werde das schlüpfloch entdecken in diesem patch schlüpferloch schlüpfer schlüpfer doch so ja dann drückt ich mal 4 war okay gut gemacht ich versuchte aber irgendwie wird gemacht hier aber jetzt ist nicht mehr so viel da ich meine ich habe ich habe ich habe ich auch ich auch cool okay ich habe einen ich auch dann zähl runter wenn du soweit bist so mein liebwollte da würde ich sagen nö ja nö ja nö ja nö ja nö kenne ich beide doch rikruder habe ich schon mal gesehen den enzo habe ich noch nicht gesehen enzo naja wenigstens sind wir nicht so weit auseinander von den punkten weil hätte es jetzt 90er oder so und ich mit 89 80 schicke halskette naja da bin ich ja mal gespannt king of doing 99 alter du bist ja ein berserker du bist ja ein bär da war kabin kabin hier ist der lag das du hast doch schon wieder gefunden kleiner dreck sack oder lustige russern ach kacke mist 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 ja auch voll in die klöde mann so gefällt mir das ich bin immer besser wenn ich einmal drin bin aber wenn ich dann so die macht habe dann kommen wir nicht zurecht man was machst du denn hätte ich verletzen ja jetzt hast du noch weniger scheint gut ja das ist jetzt so schnell gedrückt hat geschickt ach so ne der macht ein move ach so da liegt er auf der ecke jetzt kriegt er mal sehr schön meiner tatsachen irgendwie ja na klasse mache ich auch mal wie du wo ich das eigentlich überhaupt nicht mag ja ja deswegen wird es nun mal zeigen dass du es auch kannst ja tatsache entgegen naja sind kleinen tiger oder wird ich habe das eine tigerhose an was machst du jetzt na gut na gut sage ich dazu guck mal was ich mache beim kopfschmerzen verursache ich dir das du hast du hast aber schon wieder nur so wenig ne wo du mehr punkte hast von diesen konterballen hallo hallo oh man ist ja grauenhaft hier mit dem kontra system hier hast du gesehen ich lag und dann stehe ich auf einmal gibt dir eine habe ich nicht nur gesehen das habe ich gespürt so jetzt kann ich erstmal wieder schmerzen verursachen hier ich hoffe genug schmerzen um dich zu töten ich meine zu verletzen obwohl ich bin ich bin ein kleiner tiger oder sowas also darf ich das sagen sollst du schnell gucken ein kauf einmuchen einmuchen noch kommen scheiße habe ich mir vor fast gedacht kommt er nämlich sofort raus hier hallo befreie dich kämpfe um dein leben weißt du doch aua bis er fast wieder eine wick flair der mann die eierungen gefuchtelt hat hast du jetzt hingelegt keine ahnung das ist geil mit einem zweiten leg das erst mal hin alles klar ok was macht er jetzt kleiner flying flying man hier ok mhm kabumm aber macht nichts das ist das ist das ist schön ok ok ach man wo ist jetzt wieder sein es kannst du mir das mal sagen scheiße da ich kenne die ganzen ganzen es nicht was du hast doch was achso ne ich weiß nicht wo muss ich das vom seil machen weiß ich nicht ja ich auch nicht warte mal nicht weglaufen ok schöner move aber wo mache ich jetzt vielleicht für dich liegt gibt es auch noch die möglichkeit wollte ich ja aber das wollte er auch nicht so machen wie ich das wollte ach man wollte er auch nicht so machen wie ich das wollte du bist schon wieder tot ne also kein ausdauer tja ich weiß es nicht ich kann dir grad echt nicht sagen wo ich das essen machen soll ach jetzt rennt er wieder so doof dankeschön achso er nimmt das ding nur weg ich wollte dich eigentlich damit vermatchen ok wo habe ich denn habe ich denn wenigstens mein ding habe ich auch nicht hier ok du bist so blöd du bist so blöd ja 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 du bist müde deswegen das ist natürlich schwer mich zu hoch zu heben jetzt trifft er mich nicht mal ist das herrlich ok jetzt trifft er mich mit einem dropkick zieh dich jetzt hoch da uah ja das war schon nice kann ich da meinen finisher machen nö ach ich wollte dich doch rein holen man ok aber wo zum teufel mache ich jetzt mein den finisher machst du nie raus aus dem ring das ist quatsch ok na gut dann nehme ich jetzt mal das ding kann ich jetzt damit auch jubeln ne ein tischchen hat der in der hand finde ich doch allerhand na komm geh da mal zurück na komm na komm geh doch mal weg man ja ich bin doch hier ach verkeilen verkeilen stand da ach gott oh 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 auf den Tisch äh Stuhl alles zusammen alles zusammen aua man das ist so doof dass ich meinen finisher move nicht finde ach was macht der da hallo ich drück auch äh kontern aber der will gar nicht na gibt's gar nicht gib es nicht der macht nicht das was er soll ob das jetzt am patch liegt ich weiß es nicht aber auf jeden Fall drücke ich die knöpfe aber der reagiert nicht der will nicht guck ich kann doch nicht angreifen normalerweise kannst du ja so angreifen macht der auch nicht alles klar gut gut nein ja ne leider nicht das was ich mir vorgestellt habe ich habe mich durch den Tisch gehauen ich bin davon betroffen ja ja ist das schön ja selbstmordattacke ich bin suizidgefährdeter der westler ist das herrlich ich kann nicht mehr oh man oh man oh mein gott und ich weiß immer noch nicht wo mein finisher ist das viel schlimmer ist das dein finisher ja die wackeln ja beide mit dem arsch so dreckig ne vorhin habe ich auch so einen move gemacht ach das ist doch lächerlich sehr langsam sehr sehr langsam da ist doch das spiel ist irgendwie langsamer geworden ja vor allem reagiert es gar nicht mit dem blocken na jetzt ja ich bin gerade rausgekommen und direkt und du find ich was ja das ist schon alles ein bisschen merkwürdig aber das war jetzt ach joo das ist gerade ein komisches kurioses Patch muss ich sagen ja das ist äh also irgendwas müssen die da auf jeden Fall nochmal patchen da stimmt irgendwas nicht weil die Knöpfe auch nicht alles so reagieren also ganz komisch nein entschuldigung auch das mit dem move durch den tisch dass ich natürlich mich selbst zerstöre okay ist natürlich klar ne das macht man heutzutage so ich werfe mich selbst durch den tisch kennt ihr das nicht und meiner krabbelt immer guck mal der steht gar nicht mehr auf wie ein normaler mensch nein er will immer zur seite krabbeln das dauert natürlich dann eine halbe stunde länger und dass ich meinen weiß nicht wo der finisher ist das blöd nein tja naja da liegt er tot am boden der junge ist voll fertig mit der welt ich hab keine schimmer so ich bin gespannt ob jetzt der finisher geht tja ich hab keine ahnung mein freund wo ich jetzt meinen finisher machen soll hier bei dir meine beine ähm der geht da nicht an den tisch vorbei so mache ich nicht den finisher ich habe keine ahnung wo der finisher geht von dem vielleicht im rennen na gut da nicht wenn ich an das seile stehe ach du sollst reinwerfen nicht rauswerfen kann man die blöden teile nicht wegwerfen hier ne ja 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 und da ist alle hallo mach doch mal War geil, jetzt kommt er aber immer so schnell raus, ne? Ah. Gabang, Junge. Gabang. Tja, ich hab echt keinen Schimmer. Was mit dem... Was mit dem S und mit dem Finisher auf sich hat. Ich guck mal eben. Ah, da war grad was. Also, das S hab ich grad gesehen. Aua, ey. Jetzt wird er gleich wieder wild, der Kleine. Oh, der langweilige Stuhl wieder. Der langweilige Stuhl. Ja, ach komm, du hast nach vorne gehauen. Das ist so ungerecht. Du hast mich gar nicht, weißt du, du schlägst nach vorne und ich triffst mich. Ich steh hinter dir. Das ist Quatsch. Dieses Quatsch. Warum, ich hab dich rausgeholt. Ja, trotzdem. Du hast verkehrte Richtung geschlagen und dann... Wolltest du nochmal was machen, aber so schnell bin ich nicht. Ich fall doch. Ja! Ja, wieder Tisch. Und wieder ich durch den Tisch. Ja, ich bin der Mann, der durch den Tisch geht. Ich bin der Tischler. Was macht er jetzt? Aber da gibt's auch kein Finishing. Ich hab keine Ahnung, wo der geht. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich geb mich nochmal in der Ringegge. Vielleicht musst du mich in der Ringegge haben. Keine Ahnung. Ach jo. Mann, ich will jetzt endlich den Scheiß-Finishen machen, da, ey. Ich musste mich hier an der Ringegge schützen. Ich hab keine Ahnung. Jetzt kann man noch nirgends so nachgucken, wenn ich da unten... Doch. Oh, Steuerung. Warte mal kurz. Ne, das ist eine ganze Pause. Warte. Warte. Gibt's kein Scheiß-Finishen. Bin ich? Ne, das gibt's nicht. Was ist denn? Gut, der steht da nicht mehr auf. Cover mich schnell. Ich will den bloß nie wieder sehen, den Typen, ey. Tja, der ist ja bescheuert, ey. Springt auf die Tische. Ah, keine Chance. Mini-Klein, das Scheiß-Ding da. Ah, nee. Ärgert mich sowas, ey. Kannst du alles machen, aber der Scheiß-Finishen will er nicht machen. Also der Signature war im Rennen gewesen, auf jeden Fall. Das hab ich gesehen, weil wo ich gerannt bin, stand da Drücke-Dreieck. Aber den anderen, keine Ahnung. Solche Pflaumen darf ich mitnehmen. Hä? Solche Pflaumen darf ich mitnehmen. Rekrude. Ja, das freut dich doch. Ist doch ein toller Fighter. Toll, toll. Ja, liebe Fighter, dann mach's mal. Ja, liebe Leute, war wieder ein toller Super-Kamper. Ich springe selbst in den Tisch rein. Zweimal. Ne, war super, war super. Er hat mich besiegt. Und ich würde sagen, ja, schaut auf jeden Fall mal seinen Kanal vorbei. Gema.chack.lp. Schaut bei mir vorbei. Abonniert uns. Bleibt bei uns. Und da kommen noch jede Menge Fighter und Kämpfe und alles zusammen. Und bitte Tische, wo ich nicht selbst reinspringe. Willst du noch was sagen? Teeble. Teeble. In diesem Sinne, bis morgen. Euer Ivano. Ciao. Euer Onkel. Ciao.